Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, Aua. Aua, Aua, Aua. Das tat weh. Das tat sehr weh. Aber wir fangen erstmal von vorne an und zwar mit der Startaufstellung. Ja, Lindenmayner wieder vorne mit Tickets zusammen. Gegen in der FCA war er ja links, weil keins ja nicht konnte. Keins war aber wieder durch die Gelbsperre wieder da. Und somit kam Lindenmayner wieder von vorne, was ich persönlich jetzt nicht so geil fand. Weil er einfach meiner Meinung nach flügelbesser positioniert ist. Er kann das viel, viel besser spielen. Naja, auf jeden Fall ging es dann auch kein Dennis Susibasic, was ich persönlich auch überraschend fand. Weil er ja wirklich jetzt gegen Gladbach und auch gegen Augsburg, gerade gegen Augsburg, eine super Partie abgeliefert hat. Hat ja auch sein Tor gemacht. Also von daher, ja, weiß ich nicht, warum man ihn nicht von Anfang an direkt gebracht hat. Warum da ein Duda dann wieder von Anfang an spielt. Hat zwar gegen Augsburg auch nicht schlecht gespielt. Aber trotzdem hätte ich mir da ein Dennis Susibasic halt gewünscht. Naja, so ging es dann erstmal rein und die Partie war echt erstmal ausgeglichen. Also das hat mir gut gefallen, muss ich echt sagen. Ja, leider hat es dann wieder nicht lange gedauert. Zwölfte, dreizehnte Spielminute. Luca Kylian durch den Konter von Mainz. Luca Kylian dann am Ende versucht den Mainzer da noch zu stoppen. Gelingt ihm allerdings nicht. Der Mainzer fädelt sich irgendwie bei Kylian mit ein. Fällt dann und es gibt den Elfmeter für Mainz. Gelbe Karte für Luca Kylian. Die wird am Ende noch entscheidend. Und ja, Mainz macht das solide. Marvin Schwäbe springt nach links. Der Schuss geht nach rechts und somit rein. Und ja, somit war der FC direkt mal hinten. Wieder mal früh, wie immer. Also eigentlich nichts Neues beim 1. FC Köln. Aber trotzdem war die Hoffnung noch da, dass wir das Ding noch drehen. Weil da sind wir ja auch bekannt für, dass wir die Spieler öfters auch mal drehen können. Ja, dann haben die Mainzer das eigentlich ganz gut gemacht. Köln hat nicht viel mit dem Ball anfangen können tatsächlich. Haben auch viele leichte Ballverluste im Kauf genommen oder allgemein auch verursacht. Und somit waren für die Mainzer natürlich die Konter auch sehr, sehr stark. Und ja, wieder ein Konter, wieder Luca Kylian, der gleiche Spieler und wieder Foul. Ob es jetzt dafür eine gelbe Karte hätte geben müssen, ja, da streiten sich die meisten. Aber es war halt ein Foulspiel und somit auch meiner Meinung nach gerechtfertigt. Oder was heißt gerechtfertigt? Aber wenn es ein Foulspiel ist, Schiri hat da halt entschieden, dann Luca Kylian vom Platz zu stellen mit Gelb-Rot. Und komischerweise, jedes Mal, wenn wir ein Mann weniger sind, fallen wir um wie ein Kartenhaus. 2-0, 3-0, Pause. So, da war für mich aber schon die... Also, eigentlich hätte man wieder wie gegen Gladbach auch, wo es letztens keins war. Diesmal war es Kylian. Wo wir gefühlt schon in der Halbzeit das Spiel hätte abpfeifen können und nach Hause fahren können. Genauso war es auch wieder. Wir fallen jedes Mal, wenn wir ein Mann weniger sind, wie ein Kartenhaus zusammen. Da gibt es kein Aufbäumen und jeder kämpft jetzt für den anderen. Nee, da wird einfach nur irgendwie rumgedingelt, dann scheiße verteidigt. Dann kam auch... Habe ich schon im Stream auch gesagt. Übrigens, danke an über 100 Leute, die wieder mit dabei waren. Wahnsinn. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Wir stehen auch kurz vor den 1600 Abos. Also auch richtig cool. Aber dann habe ich schon im Stream gesagt, jetzt muss ein Uth kommen. Jetzt muss ein Dennis Lusipasic kommen. Da wurde ich noch ausgelacht und habe gesagt, naja, was bringt es denn jetzt bei einem 3-0? Ja, aber jetzt kannst du ja eigentlich nur noch gewinnen. Jetzt kannst du noch sagen, naja, wir fallen jetzt nicht auseinander. Wir kämpfen jetzt nochmal. Machen nochmal den Anschlusstreffer. Machen vielleicht sogar noch das 3-2. Dann ist da sogar nochmal was drin. So, nein. Es wird wieder nicht gewechselt. Und es kommen erst in der 60. Minute komischerweise ein Kingsley Schindler rein. Ja, dann ein Florian Dietz für einen Steffen Tigges. Also, und genau so war auch das Spiel dann am Ende. Ja, man hat nichts anderes gemerkt. Im Gegenteil. Man hat das 4-0 gefangen. Man hat dann, dann hat man einen Dennis Lusipasic gebracht. In den letzten Minuten der Spielzeit. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Das Spiel war aber entschieden mit 4-0. Die Mannschaft war tot. Und dann am Ende noch, haben wir auch öfters noch Glück gehabt, dass es dann entweder abseits war. Oder irgendwie noch ein Foulspiel dazwischen. Oder irgendwie. Sonst hätten wir nämlich 7-0 wahrscheinlich noch verloren. Ne, am Ende haben wir noch 5-0 verloren. 5-0 gegen Mainz, die eigentlich machbar waren. Die man eigentlich hätte auch besiegen können. Aber nein, man fällt jedes Mal wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Sobald ein Spieler mal rot sieht. Sobald ein Spieler mal nicht dabei ist. Verstehe ich nicht. Es gibt viele Vereine, die dann trotzdem noch das schaffen. Aber der FC, oder zumindest da nicht so zusammenfallen. Ich meine, wenn es jetzt Bayern gewesen wäre. Wenn es jetzt Dortmund gewesen wäre. Wenn es jetzt irgendein Top-Klub da oben. Union meinetwegen. Gut, ist jetzt kein Top-Klub. Aber die sind sportlich zur Zeit sehr, sehr gut drauf. Nein, da wird Mainz, die uns da auseinanderfalten. Also, sorry. Für mich war das einfach nur ein Spiel zum Vergessen. Es war ein Spiel, wo keine Verteidigung beim 1. FC Köln war. Sorry, aber wenn du so verteidigst, dann müsstest du eigentlich 10-0 kassieren. Also, wie man so defensiv. Also, ganz ehrlich, die Spieler müssten meiner Meinung nach den Weg von Mainz bis nach Kölle zu Fuß laufen. Sorry, aber für so eine Leistung würde ich persönlich in meinem Job kein Geld sehen. Sorry. Ja, was soll ich euch sagen? Ich bin einfach absolut noch nicht mal gebrochen. Weil über den ziehen die Zimmer schon hinaus. Ich bin einfach nur enttäuscht über so eine Leistung. Man freut sich die ganze Woche über. Weil man hatte jetzt keine englische Woche. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Man hatte eine ganze Woche jetzt mal Zeit für ein Spiel. Und man spielt so ein Spiel ab. Wenn das jetzt gewesen wäre, okay, komm, gegen Belgrad haben wir gespielt oder gegen Slowako oder keine Ahnung was. Ja, dann würde ich, oder im DFB-Pokal. Und die Mannschaft ist müde. Aber ganz ehrlich, nach dem Spiel kann mir keiner erzählen, dass er müde war. Weil er hatte eine ganze Woche nur Training, kein Spiel. Sorry, kann ich nicht verstehen. So, und wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Aber für mich war das heute keine Leistung von der Mannschaft. Es war einfach desolat, schlecht verteidigt. Und man ist einfach wieder, wie auch gegen Gladbach, zusammengefallen. Nach der roten Karte. Verstehe ich nicht. Warum man so dann, eigentlich ist das nicht Baumgart-Style. Oder Baumgart-Stil. So einzubrechen. Eigentlich heißt es dann kämpfen, kämpfen, kämpfen. Fressen, 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 Gas geben. Nee, war da gar nichts. Das war einfach nichts. Das war einfach Flasche leer. Punkt. Wie gesagt, wenn euch das Video hier gefallen hat, lasst gerne mich wissen mit einem Daumen nach oben. Und keine Ahnung. Und lasst gerne ein Abo da. Aber, sorry, aber dieses Spiel. Das Wochenende hat gerade angefangen. Und ich wünsche, es wäre schon wieder Montag. Es ist einfach so. Naja, bis dann. Macht's gut, euer Niklas. Und ciao.